Wer ist Freunde? Der kriegt ja nichts mit meinem Bein. Ist was passiert? Ich bin ausgerutscht letzte Woche. Leider. Am Feiern? Nee, nicht am Feiern. Ich bin auf die Schuhe ausgerutscht. Ich bin mit der Kniescheibe auf die Kante von der zweiten... Ich bin sicher, dass du... Nee, das ist ein bisschen mitgelaufen. Aber ich trage jetzt eine Schiene, eine kleine Schmerz-Tabelle mit drin und dann läuft das. Wie heißt dein Name? Alles klar, danke. Lorraine. Lorraine.